Jetzt freue ich mich auf jemanden, der es im letzten Jahr, wie Herr Bachmann das schon angekündigt hat, leider nicht geschafft hat, auch ein sehr enges Zeitfenster hat und um halb zwei wieder gehen muss, aber dennoch jemand, der nicht nur Wasserstofftankstellen einweiht, wie ich gerade eben erfahren darf, sondern auch für das Thema brennt. Ich freue mich ganz besonders, lieber Herr Staatssekretär Bartler, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Bühler, für diese freundliche Einführung. Herr Dirks, wurde mir gesagt, müsste auch hier sein. Wer weiß es nicht, aber könnte sein. Herr Bachmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zu Ihrer wirklich spannenden Konferenz. Ich bin froh, dass ich es dieses Jahr schaffe, hier zu sein. Wie schon im Vorjahr ziehen Sie wieder zahlreiche Gäste an. Also die Nachfrage scheint groß zu sein zum Thema Luftfahrt und Digitalisierung. Da gibt es auch sicherlich viel Diskussionsbedarf und ich freue mich, dass ich vielleicht einige wenige Anregungen geben kann, wie wir, wie das BMVI dieses Thema einstuft und einordnet. Denn allein in unserem Ministeriums Name finden Sie ja schon die Digitalisierung wieder. Und da ich bei uns im Hause für den Luftverkehr zuständig bin, ist es natürlich eigentlich sachgerecht, dass ich hier bei Ihnen reden darf. Sie haben richtigerweise erwähnt, Herr Bühler, dass die Luftfahrt schon immer die Geschichte der Menschheit verändert hat. Technologische Neuerungen, gesellschaftliche Entwicklungen gingen sehr häufig von der Luftfahrt aus und die Luftfahrt wird auch in Zukunft ein zentraler Baustein für unsere Mobilität darstellen. Da sind wir uns sicher. Digitalisierung der Luftverkehrswirtschaft eröffnet nach unserer Ansicht diesem Bereich große Chancen. Einerseits für Luftverkehrsunternehmen, andererseits für Flugreisende, auch für Flugzeughersteller, aber vor allem auch für die ganz normalen Menschen in ihrem alltäglichen Leben. Ein Beispiel für die umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten sind zum Beispiel die unbemannten Flugsysteme, besser bekannt als Drohnen. Sie haben es angesprochen, da könnte einiges an Entwicklung auf uns zukommen, wobei auch in dem Bereich die Aspekte Safety und Security und der Datenschutz eine große Rolle spielen. Wenn man dann an den Bereich Customer Journey denkt, also den Weg der Kunden von der Buchung bis zur Ankunft, dann hat die Digitalisierung ja eigentlich schon begonnen. Denn viele von uns sind noch vor wenigen Jahren mit einem Papierticket gereist und benutzen heute, wenn sie einchecken, das Smartphone, weil diese digitale Bordkarte inzwischen eben elektronisch gespeichert ist. Auch das Internet hält zunehmend Einzug in die Flugzeuge, also an Bord des Flugzeugs. Satellitengeschützte Anflugverfahren mit dem europäischen Ergänzungssystem EGNOS machen bereits heute an über 200 Flughäfen in 20 Ländern in Europa Anflug und Landung sicherer, insbesondere bei schlechter Sicht, bei schlechtem Wetter. Heute hat es in Berlin wegen starkem Nebel etwas Verzögerungen gegeben, aber es liegt eben daran, weil die Frequenzen dann verringert werden. Es bestehen noch große Potenziale, was die Indoor-Navigation anbelangt, also in den Flughäfen selbst. Denn dort können entsprechende Apps die Navigation für die Fluggäste wesentlich erleichtern, Räume für neue kommerzielle Möglichkeiten schaffen, denn wenn die Fluggäste ihre Wegezeit, ihre Wegstrecke zum Gate besser einschätzen können mithilfe dieser Apps, dann verbleibt mehr Zeit zum Shoppen, zum Einkaufen. Also auch da entwickeln sich neue Felder. Ich glaube, eine große Herausforderung besteht im nahtlosen Übergang zwischen einerseits satellitengeschützter Orientierung Outdoor und jener innerhalb von Gebäuden. Interessant ist es zum Beispiel auch, dass die Fluggäste dann per App verfolgen können, wo ihr eigenes Gepäck sich gerade befindet. Auch das ist manchmal spannend und wird vielleicht dazu führen, dass weniger verlustig wird. Zudem macht die Digitalisierung auch nicht vor der Produktion und vor der Logistik in der Luftfahrt halt. Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge werden im Jahre 2020 30 Milliarden Maschinen über das weltweite Datennetz kommunizieren, also miteinander verknüpft sein. Was bedeutet das für die Luftfahrt? Ich denke, im Luftfahrtbereich kann die digitale Vernetzung bedeuten, dass einerseits vermehrt Flugzeugteile aus dem 3D-Drucker kommen, dass andererseits Produktionsstraßen sich selbst managen oder auch durch die Vernetzung von Maschinen und Daten die Wartung vorausschauender zielgerichteter gesteuert werden kann, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kein Problem mehr darstellt. Und ein weiteres Stichwort ist die Augmented Reality. Also neben der klassischen Vernetzung im Internet der Dinge werden sich auch noch anspruchsvollere Handlungsfelder entwickeln, wie etwa die digitale Simulation von Flugzeugen in der Konstruktion. Wir erleben das im Baubereich, in der Baubranche. Wir wollen das auf die Verkehrsinfrastruktur ausweiten, aber das wird selbstverständlich auch vor dem Bau von Flugzeugen nicht Halt machen. Die Digitalisierung der Luftfahrt bietet insofern sowohl für Deutsche als auch für die europäische Industrie große Chancen. Das ist auch wichtig, denn die stehen unter hartem Konkurrenzdruck, insbesondere aus Nahost und da ist es allemal hilfreich, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben. Man kann zwar sicherlich feststellen, dass wir in Deutschland bei dem Thema Industrie 4.0 beziehungsweise beim Internet der Dinge nicht schlecht aufgestellt sind. Zumindest ergab das eine Umfrage des VDI, die besagt, dass 77,1% der befragten Fachleute dieser Ansicht sind, aber von uns aus unserer Sicht ist es entscheidend, dass auch eine flächendeckende, hochleistungsfähige, digitale Infrastruktur besteht, denn das ist letztlich Voraussetzung. Voraussetzung für entsprechendes digitales Wachstum. Wir machen uns deshalb daran, mit Hochdruck, das haben Sie sicherlich verfolgt, eine Struktur zu schaffen, die Deutschland in den sogenannten Gigabit-Zeitalter führt. Der erste Schritt ist das, was die Kanzlerin angekündigt hat, schon zu Beginn der Legislaturperiode, nämlich 50 Megabit-Download-Geschwindigkeit flächendeckend bis 2018, also auch in den weißen Flecken zu schaffen. Unser Ziel ist es, bis Ende 2025 gigabitfähige, konvergente Infrastrukturen herzustellen. Die Unternehmen der sogenannten Netzallianz, das ist eine Allianz, die wir ins Leben gerufen haben, verbindet die Netzbetreiber, die TK-Verbände, die Bundesnetzagentur miteinander. Diese Netzallianz hat Zusagen gegeben, dass bis zu diesem Jahr 2025 in einer Zukunftsoffensive 100 Milliarden Euro in die Breitbandnetze investiert werden sollen. 100 Milliarden, das ist kein Kleingeld und ich glaube, das wird dazu beitragen, dass wir dann tatsächlich auch entsprechend vorankommen. Was wir noch gemacht haben im BMVI in einem Sonderförderprogramm, ein Sonderförderprogramm insbesondere für Gewerbegebiete, damit wir möglichst schnell die Gewerbegebiete gigabitfähig machen, also mindestens ein Gigabit pro Sekunde symmetrisch an Geschwindigkeit erreichen, falls unter Ihnen Firmenvertreter sind, das können juristische und nicht-juristische Personen beantragen und da zählt das Windhund-Prinzip, also wer zuerst kommt, kriegt zuerst Geld. Ich glaube, ganz wesentlich dabei ist, dass die vielen Daten, die entstehen, auch entsprechend genutzt werden können. Denn Daten, das wissen wir alle, sind der entscheidende Baustein für entsprechende Wertschöpfung und für neue Geschäftsmodelle, aber der Wert der Mobilitätsdaten oder auch übrigen Daten entsteht ja erst dadurch, dass man entsprechend die Daten auch nutzen kann. Wir denken, dass es neue Plattformen geben wird, dass neue Märkte entstehen werden, wenn es um Flugpreise geht, um Reiseplanungen geht, um Buchungen geht. Da werden weitere Akteure mit datenbasierten Geschäftsmodellen auftreten, denn der Trend geht ja eindeutig weg von Big Data hin zu Smart Data, also zur intelligenten Datennutzung, zur gezielten Datenanalyse und damit eben auch neue Chancen für innovative Unternehmen. Bitkom hat bereits in einem Faktenpapier, das nennt sich Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0, darauf hingewiesen, dass die eigentliche Revolution der Digitalisierung nicht in der Produktion von Daten, sondern in neuen Geschäftsmodellen zu finden ist und da sehen wir digitale Plattformen als besonders bedeutsam an. In der Mobilität der Zukunft gehen wir davon aus, dass ein hoch vernetzter, datengetriebener Wirtschaftszweig entstehen wird, also insofern auch wirklich Chancen für zukunftsfähige Entwicklungen sich zeigen werden. An Flughäfen lassen sich dank smarter Daten beispielsweise die Passagier- und Warenströme digital abwickeln und so die vorhandenen Kapazitäten effizienter ausnutzen. Ich träume davon, dass eines Tages, wenn ich verreisen will, mein Gepäck an meiner Haustür abgeholt wird und ich das Ding erst wieder sehe, wenn ich im Hotel bin und ich träume davon, dass auch die Kontrollen, die Personenkontrollen mit anderen digitalisierten Möglichkeiten ablaufen können, damit man nicht mehr Zeit am Boden verliert, als die eigentliche Flugzeit dauert. Ich glaube, auf Seiten der Fluggesellschaften bietet die Auswertung von Flugzeug- und Wetterdaten auch neue Möglichkeiten, um Flugrouten zu optimieren, den Kerosinverbrauch damit zu senken, mehr Sicherheit für den Flugverkehr herzustellen. Also auch da sehen wir viele neue Möglichkeiten, den sogenannten Datenreichtum auch zu nutzen. Datenreichtum, da wären wir Deutschen falsch gestrickt, wenn da nicht sofort wieder das Aber käme. Datenreichtum bedeutet natürlich auch Datenschutz und Datensouveränität. Also gerade beim Umgang mit Passagierdaten wird es immer wieder auch um Fragen der öffentlichen Sicherheit gehen, um Datenschutz gehen. Da können Ansätze aus dem Straßenverkehr, da gewinnen wir derzeit Erkenntnisse, wie man mit den vielen Daten umgeht, Stichwort automatisiertes Fahren, vielleicht auch übernommen werden im Bereich des Luftverkehrs. Umgang mit Nutzungsdaten bedeutet sicherlich auch ein Stück weit ein Umdenken. Wir sollten uns von unserer Datenphobie verabschieden und den Datenreichtum entsprechend erschließen, sodass da tatsächlich neue Geschäftsmodelle entstehen können. Selbstverständlich müssen personenbezogene Daten geschützt werden, aber es gibt sehr viele Daten, die man anonymisieren kann, die man aggregieren kann und dann entsprechend nutzen kann und damit zu einem neuen Wirtschaftsgut macht. Wir stehen dem als BMVI positiv gegenüber. Wir versuchen auch die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um diese digitale Transformation voranzubringen, denn wir pflegen den sogenannten Open Data Ansatz. Sprich, wir gehen mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen, sehr offen um. Wir haben sehr viele Daten aus dem Verkehrsbereich. Wir haben viele Daten aus den Wetterdiensten. Selbst die Bahn stellt uns Daten zur Verfügung und alle diese Daten stellen wir in die sogenannte M-Cloud ein und machen sie damit öffentlich zugänglich. Darüber hinaus haben wir einen sogenannten M-Fund gegründet, also einen Fonds, den wir immerhin mit 100 Millionen Euro ausstatten, um damit mobilitätsdatenbasierte Geschäftsmodelle zu befördern. Wir werden am 1. August, also schon in wenigen Tagen, mit dem zweiten Start-up-Pitch starten. Also ein Treffen für diejenigen, die neue Geschäftsmodelle mit Daten entwickeln. Ich lade Sie heute schon herzlich ein, zu uns ins BMVI zu kommen. Also, wir sind offen, gehen oft mit unseren Daten um, aber Offenheit ist auch nicht gleichzusetzen mit Leichtsinnigkeit. Gerade beim Fliegen kommt es darauf an, dass man beim Umgang mit Daten auch immer an das Thema Cybersicherheit denkt und sich dem auch widmet. Lassen Sie mich noch einige wenige Sätze zum Thema Drohnen sagen. Der Einsatz von Drohnen im zivilen Luftbereich birgt ja große Potenziale, sowohl private wie geschäftliche. Deshalb sind wir daran gegangen, die Gefahren, die sich durch mögliche Kollisionen oder Absturz oder Ähnliches ergeben, möglichst einzugrenzen. Wir haben, um die Sicherheit im Luftraum zu wahren und um die Privatsphäre besser schützen zu können, deshalb neue Regelungen erlassen. Die sind jetzt im April diesen Jahres in Kraft getreten und damit gelten neue Rahmenbedingungen für den Betrieb sogenannter unbemannter Fluggeräte. Diese von uns erlassene Verordnung ist aus unserer Sicht ein erster wichtiger Schritt hin zur Integration von Drohnen in den Luftverkehr und auch zur Forderung entsprechender unternehmerischer Initiativen. Denn wir haben den unternehmerischen, gewerblichen Bereich sozusagen geöffnet, für mehr Möglichkeiten eingeschaffen. Wir haben den privaten Bereich eher eingeschränkt, die sogenannten Hobby-Drohnen schärfer reguliert. Jetzt machen wir uns daran, das Ganze praktikabel umzusetzen, indem wir mit den Landesluftfahrbehörden die entsprechenden Regelungen absprechen, damit das auch einheitlich angewandt wird. Aber wir sehen hier große Potenziale für neue Anwendungen. Bereits im Rahmen des Gipfels zum digitalen Bauen Anfang des Jahres konnte zum Beispiel der Einsatz von Drohnen zum Vermessen, zum Inspizieren von Bauwerken präsentiert werden. Eine hoch spannende Sache, da tut sich viel. Jetzt vor wenigen Tagen, am Montag dieser Woche, war ich mit de Maizière zusammen, mit den Organisationen, die für unsere Sicherheit, für die öffentliche Sicherheit zuständig sind. Auch dort ist der Einsatz von Drohnen ein großes Thema. Und ich will nur an die Paketzusteller erinnern oder an die Landwirtschaft. Auch da können Drohnen gute Lebenshelfer darstellen. Bei der Paketauslieferung ist es ohnehin so, dass Deutschland im EU-weiten Vergleich in der Spitzengruppe der Online-Bestellungen bereits heute liegt. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Bereich weiter exponentiell wachsen wird. Guckt man sich die Märkte diesbezüglich in China an, Stichwort Alibaba, dann weiß man, was da auf uns zukommt. Also wir stehen bei diesen Entwicklungen erst am Anfang. Die Leistungsfähigkeit wird sich durch entsprechende technologische Weiterentwicklungen, durch die damit verbundene Digitalisierung und Vernetzung entsprechend weiterentwickeln. Zu Bereichen hin, die vielleicht für manche für uns heute noch gar nicht vorstellbar sind. Und die Drohnen können dabei ein möglicher Treiber sein. Momentan pflegen wir den Austausch mit den relevanten Akteuren zu den Perspektiven ziviler und kommerzieller Anwendung dieser Drohnen oder UAVs genannt. Unser Ziel ist es, ganz konkrete Handlungsfelder zu identifizieren, herauszuarbeiten für Wirtschaft, für Politik, für Verwaltung, um damit das Thema auch voranzubringen. Mit diesen wenigen Hinweisen will ich es bewenden lassen. Ich bin überzeugt, Sie werden heute nicht nur bei der anschließenden Podiumsdiskussion, sondern bei den einzelnen Workshops noch interessante Erfahrungen machen können, guten Austausch pflegen können. Ich werde heute Abend wieder da sein zur Preisverleihung. Ich wünsche bis dahin der Konferenz einen guten Verlauf und Ihnen, wie gesagt, gute Gespräche. Danke. Applaus 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 Applaus